Das ist ein bisschen schade, jetzt haben wir zwei Season ausgesetzt und trotzdem kriegen wir das Erste, was wir kriegen, ist eine Map, die wir schon gemacht haben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man schneller rennt, ob man schneller rennen kann, kein Plan. Ah, man konnte irgendwie so hechten mit Vierecken, äh, ja doch, so nach vorne springen. Ah ja, da, Zara. Ja, aber rennen konnte man nicht. Ah. Ich muss jetzt mal einschalten, was ich nicht sehe, irgendwie. Ach, da vorne bist du mit dem Pinken. Ah, nein! Ah, ah, ah! Witzingen! Ah, easy, 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 easy. Ich habe es gemeistert. Aua. Ah, no. Oh, no. Der kickt mich. Weil ich auch nicht warten kann. Ah, fuck, ich bin unten. Nein, ich war schon so weit. Bist du schon durch? Ja, jetzt gleich. Nein, ich bin jetzt noch gescheitert. Nein, 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 ich auch gescheitert. Jetzt gleich. Äh, nein. Nein, ey, ich komme da nicht mehr vorbei. das gibt es doch nicht, weil ich so ungeduldig bin. Ah, ich rutsche herunter. Da muss man halt leider ein bisschen warten. Nein, 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 geht nicht. Die anderen warten auch nicht. Wer wartet? Hat schon verloren. Oh, ja. Scheiße. Wir machen... wenige Plätze. Wir machen hier Plätze. Ja, kriege ich hin, kriege ich hin. Machbar, machbar. Hey, warum? Das ist aber neu. Oh, ich hab's nicht geschafft. Hast du? Die haben die Mapper ein bisschen verändert. Die Boxhandschuhe, die aus dem Boden kommen. Ich geh mal raus mit Kreis. Ah ja, genau. Ganz vergessen. Wow. Er freut sich trotzdem. Wie er sich freut. Das ist ein positives Spiel. Hier gibt's kein Blut. Hier gibt's nur, nur Knochenbrüche und und und. Jetzt hoffe ich kommt, dann werde ich dich noch nicht kennen. Trotzdem fliehe ich das Spiel gleich. Ich spiel's nie wieder. Ja. Das werden immer weniger. Das waren einmal 55. Was ist los? Ist halt noch einer weg. Das sind die Leute, die nun alle aufgekommen sind. Das sind die Leute, die nun alle aufgekommen sind. Ah, jetzt sind sie wieder da. Ah. Das sind die Leute, die alle aufgekommen sind. Ja, wir fallen hier permanent. Ja, wir fallen hier permanent. Die Leute, die aufkommen, verschwinden dann. Aber die Map kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ah, es schaut aber easy aus. Ah, ich glaub, das ist nicht so schlimm. Easy. Das ist nur Winter-Map. Ja, ja. Geil. Ich bin der Weihnachtsmann voll meine Map. Das ist, das ist mein Garten. Ah, da kommt ein Schneeball. Fuck. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Ich seh nix. Nicht schubst, ich hab Joghurt im Rucksack. Ich muss hier raus. Wenn du so viel... Ey, ja. Ich hab das neulich nochmal gesehen. Bei mehreren Sachen. Haben die das nochmal in Wörtern so drunter geschrieben. Wow. Ja. Das war gut. Oh, oh. Ah nee, was macht man am Purzelbaum? Bist du da schon rüber? Ja. Ah, ich werd hochgeboxt. Nein, ich wollt hier hoch. Geht's weg, geht's weg, geht's weg. Nein, jetzt kann meiner nicht springen. Oh Gott. Die meisten sind schon im Ziel. Gar nicht. Ach. Da sind die meisten. Wie komm ich denn hier den Weg hoch? Ach, das ist ein Vendilator. Nein. 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 Komm, ich schaff das. Komm, 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 komm. Ich bin gleich im Ziel. Ich bin gleich im Ziel. Ja, Mann. Ich bin im Ziel. Nein. Ich nicht. Doch, doch, komm, komm. Nein. Ich war ganz kurz davor. Scheiße. Was? Was? Hey, da ist einer der Schalass gekramt. Aber der ist rausgekommen. Was? Ja, der Typ mit Kleid mit Vollwatt und langen Haaren. Haha. Was Wipfelwirrwarr. Ach, der-je. Ich sag dir, geh gleich nach unten. So. Was passiert? Ich war kurz weg. Ich has es gemerkt. Ich habe gesagt, ich gehe am besten gleich nach unten. Ah, okay, ich bin unten. Das ist ja easy, oder? Das ist ja gar ein Problem hier, da, das hilft alles nur. Zack, das hilft mir nur. Das hilft mir alles nur, easy. Habe ich da durchfuscht, Leute? Mir sieht immer so aus, ob deine Beine schnell da wären, als der Oberkopf. Ja, aha. Scheiße, ich komme da nicht rüber. Ah, easy, 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 easy. Ah, ah, die Kröten. Geht's mal weg, Burschen. Ihr wisst ja nicht, was ihr hier tut. Ich bin der Weihnachtsmann, ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin der Weihnachtsmann. Du warst nicht brav, du musst gehen. Nein. Nein. Ah, der Wendy, der Wendy. Was ist das? Das ist, das ist. Dinosaurier. Los. Nein, Runde vorbei. Scheiße. Anscheinend. Direkt vorm Ziel. Da war das Ziel gleich, glaube ich, irgendwo. Oh, come on. Das war gerade so gut. So, ich habe das neue Outfit freigeschalten. Und eine Krone habe ich gekriegt. Und irgendein Skin. Und noch eine Hose. Oh, da und dann noch irgendwas. Weil ich kriege ich Kohle auch noch. Er ist ein Rock, habe ich auch noch freigeschalten. Er ist schon ein Rock anziehen. Oh, was kriege ich da alles? Ja, wo viel kriegt jetzt da? Schauen wir mal. Wo ist denn der Rock? Den habe ich gekriegt. Aber da muss ich das Oberteil auch ändern. Das passt doch gut dazu. Ja, ich finde, ich bin sexy. Ja, sowas braucht. Sieht aus wie so ein Donuts. So ein Affendonuts. Ich habe Kokosnüsse bei mir. Wenn ich mal Duschtrick unterwegs. Wisch Kokosnüsse und so. So gut. Gute Kokosnüsse. Das ist gut für die Art. Wie du siehst. Kriegt man Pfade. Ich habe irgendwas in der Hand. Aber ich weiß nicht, was du siehst. Das ist mein Zauberstab. Der Zauberstab. Keine Ahnung, was das ist. Ah, nee. Ich bin ja dieser Monkey. Ninja Monkey Boy. Weißt du? Ich weiß nicht, wie der heißt. Kennst du den nicht? Ja, doch. Tut's das. Das ist das. Das ist mein Stab. Der. Ich weiß nicht, wie der Stab heißt. Mit Zauberstab. Das werden immer weniger. Ah, doch nicht. Ich sag das immer wieder und dann kommen nur viele rein. Also die Map schaut gut aus. Passt zu mir. Zum Affen. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Man muss dann nur auf die Trommeln springen. Eben. Da ist nicht nix. Das ist keine Herausforderung. Puh, puh, puh. Ja, easy. Easy, easy, easy. Das machen wir easy. Sag. Jetzt komme ich aber nicht mehr auf die Trommel. Was machen wir da? Ich hau nicht. Ich komme da gar nicht hoch. Ah, jetzt. Oh nein, ich bin im Wasser. Wie kann ich schwimmen? Wie halte ich mich denn fest? R1, oder? Nein, mit R2, glaube ich, war das. Ah, mit R2. Oh, was soll denn das? Nein, ich bin wieder runter. Ist das schwierig? Nee, gar nicht. Ah, jetzt ist mir dieser Zieger im Weg gewesen. Das ist der von Winnie-Pooh, oder? Das hat gar nix mit den Dschungelpunkten zu tun. Und du meinst? Wie kommen die denn da hoch? Oh, fuck. Au, au. Was ist au? Ich habe zu dauernd hin. Ich komme da nicht drauf. Ich müsste mal die Kamera drehen, eventuell. Das wäre es. Oh nein. Ich habe hier die gewissen Probleme. Ich bin jetzt da sogar am Ende. Oh nein. Das wissen wir, dass du am Ende bist. Naja, dann. Die Linie. Fast die Ziellinie erreicht. Aber er springt nicht weiter. Was soll denn das? Das ist voll schwer. Nein. Oh, komm, nur noch. Komm jetzt. Ich fänge noch ganz unten bei den Trommeldingern. Ich habe eine Idee. Ich nehme den leichteren Weg vielleicht. Das machen viele hier. Glaube ich halt. Also ich mache es jetzt da. Mir egal, ob das viele machen. Ich schaffe das jetzt da hoch, ey. Ah, ich habe es geschafft. Nur noch zwei Plätze. Die Lache. Das ist voll schwer. Gar nicht. Also für einen Affen wie mich, oder? Easy. Das ist voll easy. Da bringt er die PSWimper auch nichts. Oh, nicht das mit den Türen. Irgendwas, was ich noch nicht kenne. Pfff, ich glaube. Nicht das mit den Türen. Aber das ist auch so mit so Toren. Die hoch und runter gehen. Das kennen wir schon. Aber die haben das ein bisschen verändert, oder? Ja. Ganz an. Das ist wieder schwingen. Der schwingen. Ich habe schon gegogelt. Hey, das hat Crossplay. Das wusste ich. Wo weißt du das? Weil ich das sehe. Woran es? Ich habe das zweite Gesicht. Das Crossplay-Gesicht. Easy, oder? Also nicht. Nein, aber ich sehe das. Ich habe voll eingegwetscht. Neben dem Namen. Das ist so ein PC-Spiel-Symbol da. Du kannst ja, glaube ich, ausschalten. Aber ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, als ich das eingeschaut habe. Habe ich weggemacht. So, vielleicht kann ich mich rüberschleudern lassen. Na, das ist nicht gut. Das Loch. Oh, nur noch fünf Plätze. Nein, ich schaffe es nicht mehr. Nein. Du bist jetzt zu viel eng drücken. Wenn du rüberspringst. Das ist ja dann nicht gut. Der Affe ist weg. Was, schalte ich jetzt nichts frei, oder wie? Doch. Nein. Zu wenig Punkte. Was hast du so? Was hast du gemacht? Du hast jetzt einen Rock. Du, was hast du Füße? Was hast du für Füße jetzt? Krokodils Füße. Damit wirst du auch nicht besser. Aber du bist jetzt schnell, oder was? Ja. Oder kannst du es besser stampfen, oder wie? Ich habe heute so einen komischen Tag, dass ich die ganze Zeit so komisch rede. So wie jetzt gerade eben. In der Arbeit schon so. Guten Morgen. Ich bin heute... Kriegst du denn immer so? Nein. In der Arbeit hat das angefangen. Ich weiß nicht. Bei dem Kollegen kommt es zu mir um ein Verschlaf und ich so. Guten Morgen. Ich bin heute ein Abteilungsleiter und ich bin heute mitgearbeitet. Ich bin heute mitgearbeitet. Sie hat dir keine reingeschlagen? Nein. Meine Kollegen mögen mich. Das sind die einzigen Personen, die mich mögen. Übrigens, so bei so einem Rande. Die müssen auch den ganzen Tag mit ihr aushalten. Ja. Das ist schwierig. Das schafft nicht jeder. Darum ist mein Freundeskreis so winzig. Ich und mein Kind. Das war's. Ich hab keinen Freund. Voll keinen Freund. Du redest so wie die Nadine the Brain. Ich glaub, das ist Absicht, ne? Nein, ich seh mich selbst nicht. Warte, das ist grad kritisch. Mach die Augen auf. Mach mal deine Augen auf. Du musst auch gucken. Wolltest du gucken. Nein, ich seh nix. Ich seh Pommes. Siehst du mich selbst? Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, bin ich. Kann ich. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Kann ich, seh ich. Ich bin nämlich schon drüben. Nein. Oh, doch. Ich fall doch immer runter. Das sind deine Dino-Stampfer. So ist es. Das ist wie ein besseres Kripp jetzt. Das ist klar. Mit so, mit solchen Stamper hat man einen Kripp. Nein. Da, 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 da. Das hast du das letzte Mal auch gemacht. Ah, ich fall runter. Yay. Bitte, bitte, da, da, bitte, da. Hör auf, das ist Spielbehinderung. Spielbehinderung. Das ist eine körperliche, also geistige Behinderung, die ich hier grad praktiziere. Praktiziere. Ich bin praktizierend, der Geist ist behindert. Das ist, das ist, das ist, ich, ich, ich bin im Ziel. Easy. Nein. Das bin ich. Man muss mitsingen. Jetzt mach doch mal mit richtig. Du musst es spüren. Du musst es spüren. Ja, spring, hechten, spring, hechten, hechten, wichten. Ja, genau. Glück gehabt. Da ist es so eine Bockmacht. Hey, da war noch ein Platz frei. Die Zeit ist abgelaufen. Kommen Sie rein, da war noch Platz frei. Ne, mir ist noch ein Platz frei, komm rein. Seid es zu stellen. Genieße. Ich weiß nicht, aber ich find's gut. Ich bin auch der Einzige. Der so redet oder der so cool ist. Das mit den Eiern war lustig. Weißt du das mit den Sammeln oder mit den Fangern? Nein, das war Schwanzfangern, glaube ich. Eier war was anderes. Ja, genau. Ja. Boah, ich weiß nicht mehr. Das mit den Infizierten ist lustig. Das ist auch lustig, weil da halte ich mich immer an dich. Oder eigentlich immer an die Mehrheit, weißt du. Du brauchst da gar nichts können. Aber stell vor, alle denken so. Das ist schlimm dann. Deswegen, ja. Das ist dein Problem. Da musst du auch aufpassen. Da würde ich gebärdisch werden. Du redest. Du redest heute auch ein bisschen komisch. Kann nicht, ich rede immer komisch. Nicht nur heute. So, Apfel. Oh, das ist neu. Das ist neu. Banane. Das ist eine Kugel. Was macht die? Das ist eine Banane, das ist eine Kugel. Banane, Orange. Aua. Das ist nur Orangene und Banane. Ich habe jetzt nicht auf den Pass, wo die Orange war. Ich weiß nicht, wo die Orange ist. Wo ich bin, ja genau. Ah, die Kugel. Ich halte dich fest. Keine Angst, dir passiert nichts. Was kann man denn nochmal... Ach so, jetzt bin ich fest. Also, Weintraube. Au! Weintraube schon 40. Ich weiß auch nicht mehr. Das ist aber der Weintraube, 40 oder Orange. Das wären schon 40. Ich glaube, ich bin da. Oh, ich weiß nicht, wo die Banane ist. Wo ist die Banane? Ich glaube, da vorne. Ich halte dich fest. Gib mir deine Hand. Ja, gut. Pass auf. Du bist auf Banane? Ich guck gar nicht mehr. Ich versuche auszuweichen hier. Ich habe die Banane. Ich habe dich fest, Banane. So. So, wir stürzen uns gleich und seitwischen den Tod. Pass auf, wo bist du? Komm her. Ich habe dich. Nein, das bist nicht du. Komm her. Sind wir richtig? Ich glaube, wir sind richtig. Nein. Es sind ungefähr alle rausgefallen. Oh Gott. Wie viele sind jetzt raus? Das ist wohl gut. Bestimmt alle. Oh Gott, drei. Von 39 oder was? Oh Gott. Oh Gott. Das ist schön. Ja, da brauche ich gar nicht zu gucken. Wie ist das? Hat niemand da aufgepasst? Oh Gott. Oh Gott. Oh, das hätte ich aber gern gespielt. Das sieht ja cool aus. Ja. Das geht doch um die Krone. Aber schauen wir uns als Zukunft, oder? Bist du schon raus? Die laden sich so jetzt ins Fäustchen, ey. Oh, was mit Türen? Das ist nichts für dich. Warum? Ich wusste immer, welche Tür die richtige war. Wusste immer. Haha, da geht's runter. Dann geht's wieder hoch. Wo es runter geht, muss es wieder rauf. Genau, ne? Ah, das war falsch. Ich tue es zu. Ich habe genau gewusst. Vielleicht mal anders rum gehen? Mit dem, mit dem Fokus. Oh Mann, wie alle runtergefallen. Das ist so heftig. Gab's das schon mal? Geil, das wären wirklich alle weg gewesen. Oh, er kriegt die Krone, er kriegt die Krone, er ist vorbeigesprungen. Oh, der hat sich jetzt voll bammelt, der hat voll den Druck. Oh, er hat sich getrocknet. Ne, muss man die festhalten? Ich weiß nicht. So weit waren wir noch nicht da. Wer es jetzt kriegt? Oh, der Bär. Der Bär. Bei Ballou. Oh, das ist mal mit bisschen Gemütlichkeit. Marihuana, das macht dich breit. Heftig. Aber es ist wirklich... Ich sage noch so, ich passe nicht darauf. Ich halte mich an die anderen. Die sind genauso dumm gewesen wie ich. Oh, mein Gott, das war super. Machen wir noch eins oder ist gern Bock mehr? Oh, das können wir gerne machen. Goldig. Goldig. So, sehen Sie mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Zertigkeit. deine sorgen überbohrt jay ist das neu große fans das ist neu glaube ich kennt sich da aus mit großen fans ich bin auch ein großer fan ich habe alle deine alben alle deine alben hänschen klein stinkt allein und ich fall in die welt hinein ich kann nicht springen na besser schaltet man das noch mal aus aber mit l2 ich bin dann dieser pinke fall oder der weiße fall ich weiß nicht schubsen ja ich bin ich bin hinter dir warum trage ich das nicht traurig das ist normal ja weil er nicht warten kann jetzt ist er unterfallen man braucht geduld für dieses spiel da ist ja luft ich kann abmeldung kommt bitte hören sie auf ich möchte nicht atmen können ich kann kleiden kleiden sie juhu da ist luft kleiden sie ja ich bin genau zurück das ist ein blödsinn nein oh god am letzten wird ja noch runter gerührt nutzen sie die luft ach du sagst das so einfach am letzten wird man noch runter geschubst ich bin luftbändiger ja der war wie sich luftbändiger du hast du blähungen ne ich bin der luftbändiger ahn luftbändiger bonenkulisch nein ich jetzt übertreibe ich am letzten werde ich mal runter gemäht ich habe keine geduld ich bin ahn der luftbändiger ich habe gerade keine geduld das ist das problem das ist das problem was ich habe ich habe viel nur geduld nicht na jetzt bin ich auf einen dicken paar aore abweilt und wieder runter jetzt habe ich nicht drückt also zu spät kein kontakt am boden mehr gehabt da kommt mehr wenn du das schaffst du dich nicht das ist doch ein kackspiel wer hat sich das denn aufgedacht los lass uns minecraft tocken oh ich spring da neben ah da bist du ja los lass uns die luftbändigen ja so easy das schaffst du klar an dich glaubst du nein hast du es jetzt geschafft ne und die zeit ist rum nein zwei sekunden ja luftbändiger 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 am arsch richtig am arsch hallo kack auch cool red shirt gibt's ja auch Ja, machen wir mal eins, oder? So ungefähr. Vergiss den ganzen Abendklagen. Nein. Ich will doch ein bisschen Hand machen. Ich habe eine Runde nochmal gespielt und habe mir die Stacheldrahtpfeile noch geholt. Damit brauchst du nicht wirklich viel Ebenen, oder? Aber die Randys waren einfach so blöd. Die haben nix gemacht. Das gibt es doch nicht. Dein Ernst? Gibt es Leute, die nichts machen in dem Spiel? Dann würde ich es ja gar nicht spielen. Also wenn man das nicht zu 100% ernst nimmt, sah es sich ja gar nicht aus, das Spiel zu spielen, oder? So sehe ich das jetzt. Ja. Es gibt welche, die unter Druck dann noch ein paar Kills machen. Ja, seltener Fall. Das hat was mit Adrenalin und den Hirnstamm zu tun. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist so wie wenn eine Mutter ein Auto hochhebt, weil das Kind drunter liegt. Das ist alles ganz, ganz komisch. Kann ich da jetzt nicht erklären. Ich habe da so ein Buch liegen, da steht das drin, wie das funktioniert. Das 1x1 der... Das 1x1 des Adrenalin Boosters in your face. Das ist wieder die Map, die du nicht kannst. Die kenne ich nicht. Doch, doch. Die kenne ich nicht. Nein, ich habe sie nicht gespielt. Du hast sie gespielt. Ah, ja genau. Das ist die Map, die ich nicht kann. Wo bist du? Weg! Weg! Drei, es wieder schnell mal. Halt dich fest, ich sehe dich! Ich sehe dich! Ich sehe dich! Oh weckle! E captured! Halt dich fest! Such dich Nord, Süd, Ost und West! Du kannst nicht gehen, du musst um dein Leben fliehen! Geh, jeh, jeh! Ich bin runter gefallen! da muss man einfach runterfallen weil ich auch wieder mit dem fehler wieder so viel ich bin arzt ich bin drin ich bin runtergefallen das ist einfach nicht fair Das ist wahr, auf wie fair? Nein! Jetzt bin ich aber drin. Ja, ich hab's auch geschafft. Easy. War eine ganz knappe Geschichte. Wenn jetzt nochmal dieses Memory-Dings da kommt. Hab ich auch gerade bei. Dann aber alle weg. Es gibt so viele Levels, das dauert ewig, bis die alle einmal durch sind. Trotzdem kriegen wir immer das Gleiche. Ja, gell? Überwinde die Hindernis und renne zwei Runden auf der Strecke. Was? Zwei Runden? Na, halbe vielleicht und dann drehe ich um. Wow. Sieht aber cool aus. Sieht aber einfach aus. Guck mal. Aite, das ist, das geht ja nur in den Kreis. Es ist gar nicht so schwer. Ja. Und beierst du? Ach, nein. Ja, natürlich. Da ist der Kommt zum Schluss. Lass doch nicht durch. Ich bin ein Knöbel. Au, ich komme nicht durch. Ja, weil die alle so drängeln. Welche sind oben? Nicht sprichern, aber nicht sprichern. Das war ein Trick. Ah, die catchen mich tot. Was ist das jetzt für ein Move, Alter? Was macht man hier drin? Ist alles verlangsamt, oder wie? Ja. Äh, wo geht's lang? Erste Runde habe ich durch. Ah. open 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 ist was soll ich jetzt geschafft polisi der schied ja ja komm warum rechst du zurück was machen sie nutzt die plattform wenn sie schießen sich rüber die siegen mich zurück nein mich haben die immer rüber geschossen mich haben wir nach hinten geschossen das liegt weil der schwerpunkt hinten ist das physik hebel wirkung und so auf ob es das ist überleben wird es mit Schüller weil ich in den Schleim es wäre ja wohin kriegen was muss ich machen wo ich schon gesagt was ich schieße mit controller auf mich planeten werden hier geschossen magneten planeten glaubt man darf nicht runterfallen fettfäden steten controller und planeten darfst nicht ausscheiden das ist kein problem ich halte mich einfach an magneten fest ob es doch nicht selten keine gute idee ich habe mich qualifiziert das war aber leicht das war leicht wer ist rausgeflogen keiner oder das war zu leicht doch schon da doch das war weil die lila sind uiuiui kommt jetzt der kronen kronen jetzt kommt er jetzt na pinguin pool party pack und halte einen pinguin um punkte zu holen aah jetzt müsste pinguine knuddeln kinder binguin lecker 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 da laufen sie ich habe du musst nicht festhalten wir waren ein bingo naja hey ich bin auf Wo ist der hingefallen? Ich brauche Punkte. Du Affe. Da werden die Arme wieder vergewaltigt. Entschuldigung. Keine Macht den Pinguin. Ich hab den Pinguin. Sag ihn danach. Komm her. Das ist meiner. Geh weg. So ein Gogo. Damit der Friesen ist wieder. Pinguin! Ich hab ihn! Knuttelnd! Aber lieber kein Pinguin, oder? Nein, los mit los! Der Pinguin. Ich flieg mit dem Pinguin. Oh, hinaus. Ich bin eine Blume. Ey. Du musst ihn jetzt festhalten. Easy. Hast du es geschafft? Du bist jetzt zum Kronenkamp. Ich bin da King. King Pinguin. Ni 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 Ni. Bin Ni Ni. Bin Ni Ni. Bin Ni Ni Ni. Das Video, was du mir geschickt hast. Begin Ni Ni Ni. In the beginning? Bin Ni 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 Ni. Bin Ni 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 Ni. Ja, ja. Oh. So, dann muss ich konzentrieren, das ist Kronenspiel. Easy. Weischtür? Ja, wer gewusst. Indipedingedingi. 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 Na, Burschen, jetzt renne ich euch hinterher mit der Hund, Alter. Das ist aber fatal, wenn man nur das kann. Ich habe es gelernt. Indipedingeding. Komm, das kriegst du jetzt hin. Nein! Da war einer ganz, ganz schnell. Scheiße. Ich hätte es dir gegönnt. Hm, ich auch. Ja, der Typ ist Boxer. Der kämpft sich da durch. Das war so klar. Blattern wir eine Schmetterling. Stechen wir eine Biene. Indipedingedingin. Habe ich wenigstens was freigeschalten? Habe ich wenigstens was freigeschalten? Die Krone. Ich habe eine Krone bekommen. Und, und, eine Hose. Ah, ich habe auch diese, ich habe Krokodilsfüße jetzt. Willst du eine machen oder wollen wir jetzt handen? Ah, wie du möchtest. Mir ist es egal. Ja, mir auch. Schauen wir jetzt mal bei Hand rein. Okay.